Gestern hat Frontier auf ihren Social Media Kanälen diesen kurzen Clip hier geteilt mit uns. Den wollte ich euch nicht vorenthalten, deswegen mache ich ein ganz kurzes Video dazu. Hier könnt ihr sehen, wie sich zwei Plesiosaurus miteinander sozialisieren. Sehr sehr putzig, wie sie sich so beide an der Nase anstupsen und der eine auch so auf dem Rücken schwimmt. Das Ganze ist übrigens Teil des kostenlosen Updates, weil wir haben ja mittlerweile schon einige Wassersaurier im Spiel. Neun Stück sind es insgesamt schon, hatten Borosaurus, Elasmosaurus, Echthiosaurus, Ono, Biopleurodon, Mosasaurus, Plesiosaurus, die haben wir gerade gesehen, die Animationen, den Stücksosaurus und den Tylosaurus. Also für all diese Kreaturen bekommen wir dann sozialisieren Animationen. Und ihr müsst noch bedenken, wenn ihr das neue DLC euch auch holt, kommen noch vier Stück dazu, also die vier Stück aus dem DLC. Das sind dann schon einige neue coole Animationen, die wir uns angucken können. Ich freue mich darüber wirklich sehr, weil ich finde, sowas macht immer die ganzen Lebewesen viel lebendiger. So ganz kleine Animationen und Interaktionen, das ist immer echt schön. Und ja, ich werde euch natürlich, sobald das Update und DLC rauskommt, alle neuen Animationen zeigen und vorstellen. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schreibt mal in die Kommentare, auf welche Animationen ihr euch am meisten freut, also von welchen Wassersaurier. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Ich hoffe, das war's.